Lieber Herr Professor Pape, liebe Humboldtianerinnen und Humboldtianer, liebe Gäste. Alexander von Humboldt mochte keine ausgetretenen Pfade. Auf seinen Reisen war ein ums andere Mal sein Improvisationstalent gefragt. Gut, dass die Stiftung, die heute seinen Namen trägt, mit genauso viel Energie und guten Ideen auf unerwartete Herausforderungen reagiert. Wegen Corona findet die Jahrestagung der Humboldt-Stiftung erstmals komplett digital statt. Einerseits schade, denn die Jahrestagung ist normalerweise eine Gelegenheit für unendlich viele spannende Begegnungen und Gespräche mit Hunderten von Humboldtianerinnen und Humboldtianern, ihren Familien und den vielen Freundinnen und Freunden der Stiftung. Andererseits setzen sie mit ihrem digitalen Treffen ein enorm wichtiges Zeichen. Wir bleiben miteinander in Verbindung, gerade jetzt. Corona hat uns allen noch einmal vor Augen geführt, dass wir die großen, die globalen Probleme des 21. Jahrhunderts nur als globale Gemeinschaft meistern können und dass Wissenschaft dabei eine herausgehobene Rolle spielt. Ein Virus kennt keine Grenzen, gute Ideen und wissenschaftliche Innovationen aber auch nicht. Das zeigt das Netzwerk der Alexander von Humboldt Stiftung immer wieder, auch in diesem Jahr. Wir verleihen bei der diesjährigen Jahrestagung den Humboldt-Alumni-Preis an fünf Gewinnerinnen und Gewinner aus vier Kontinenten. Das inhaltliche Spektrum ist beeindruckend. Von Musikwissenschaften bis zur Medizin, von einer Initiative zur Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bis hin zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation. Die vielen tollen Projekte werden wir gleich in einem eigenen Videobeitrag kennenlernen. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer Initiativen. Und uns allen inspirierende Jahrestagung, eine inspirierende Tagung ohne die persönliche Begegnung, aber mit den Eigenschaften, für die die Humboldt-Familie seit jeher steht. Neugier, Offenheit und einem grenzenüberschreitenden Diskurs. Alles Dinge, die wir heute mehr brauchen als je zuvor.